Ja moin Freunde, DirectX ist wieder am Start, heute mit einem neuen Video und gleichzeitig einem neuen Format. Joa, ich muss euch was beichten. Ne, wir fangen anders an. Mit dem neuen Format, Reel und Talk. Das ist das neue Format. Jetzt fragt sich der ein oder andere, öh alter Hut und hier und da, äh, macht doch jeder. Joa, machen viele, stimmt. Aber ich such nach einem Format, was, sag ich mal, nicht nur Gaming betrifft, sondern auch, joa, Sachen, die mich beschäftigen. Worüber ich mit euch so ein bisschen, äh, plaudern oder kommunizieren kann. Wer meine Kanalbeschreibung kennt oder da mal einen Blick reingeworfen hat, der wird bemerkt haben, dass ich, äh, nicht direkt ein Gaming-Kanal sein möchte, äh, sondern das mehr so offener halten möchte, verschiedene Sachen ausprobieren möchte. Und, äh, ja, wer weiß, wo die Reise hingeht. Vielleicht auch Real-Life-Sachen, je nachdem. Äh, ich muss mal schauen, wo die Reise hingeht. Äh, ich hab so viele Ideen und, äh, so viele Einfälle. Aber, äh, ich darf dabei auch nicht vergessen, ich stehe gerade erst mal auf Start. Und, ja, man muss sich ja auch irgendwie erst mal so eine, so eine kleine Community aufbauen. Und das braucht halt auch Zeit. Also, ich will auch nichts überstürzen, dass alles auf mich zukommt. Wie was angenommen wird oder aufgenommen wird, äh, bringe ich, äh, bestimmte Sachen auf den Kanal oder halt nicht. Das ist das ganz Normale. Das handhabt jeder so. Und, äh, ich denke mal, das ist auch ein vernünftiger Weg. Natürlich werde ich die Gaming-Sachen nicht vernachlässigen. Ich meine, äh, ich spiele halt auch gerne Spiele und so. Aber das soll nicht nur rein Gaming sein. Ich meine, das ist für Abonnenten und Zuschauer vielleicht dann auch langweilig, äh, nur solche Sachen auf dem Kanal zu sehen. Ich will auf jeden Fall so eine bunte Mischung irgendwann mal haben. Und, äh, ich glaube, da bleibt man auch, äh, ziemlich kreativ bei. Das ist das, was mir Spaß macht. Mir macht auf jeden Fall Spaß, Videos zu machen und verschiedene Sachen einfach. Und das sind so, ja, das sind so nicht, äh, Sachen, wo ich dann denke, ja, ich komme da groß raus oder so. Der Spaß steht halt im Vordergrund. Äh, mir macht es halt Spaß, wenn ich sehe, da kommt ein Feedback, das hat dem einen gefallen. Halt so ein bisschen so schauen, welche Reaktionen, welches Feedback da kommt und so. Also, das finde ich eigentlich sehr ganz cool an YouTube. Ähm, YouTube, habe ich auch gemerkt, hat seine Schattenseiten. Ähm, die merkt man eigentlich relativ schnell, sobald man einen Kanal aufmacht. Sachen, die nervig sind, die einem richtig auf den Sack gehen, auf Deutsch gesagt. Aber, ja, meine Erfahrung, was ich jetzt bisher so mitbekommen habe und, und was ich so erlebe und wie ich darüber denke, das kommt aber in einem separaten Video. Äh, da habe ich mir ja schon was vorgenommen. Ähm, habe ich auch bei Twitch, äh, Twitch, bei Twitter gepostet. Ähm, ja, Twitch ist so eine Überleitung. Dazu wollte ich auch noch kommen, deswegen kam ich auf Twitch. Ähm, auf jeden Fall, noch mal ganz kurz zurück, Twitter, äh, da hatte ich das gepostet und da ist auf jeden Fall schon was in der Mache. Nur im Moment, äh, weiß ich selber noch nicht, wo ich anfangen soll. Äh, da sind so viele Sachen, äh, auch mit anderen YouTubern, die was machen wollen und da bin ich auch so ein bisschen am differenzieren. Ja, äh, wollen die halt nur, äh, ja, Leute auf ihren Kanal oder sonst irgendwas. Einen coolen YouTuber habe ich kennengelernt. Ähm, da wird auch, denke ich, mal wieder. Mal, äh, wirklich was am Start gehen. Das könnte ganz interessant werden, aber da will ich noch nicht weiter, äh, drüber quatschen und, äh, ihr werdet das schon sehen und dann passt das. So, jetzt noch mal ganz kurz zu Twitch. Ja, da hatte ich auch schon überlegt, äh, was zu machen. Äh, so Streamen und so könnte mir auch gefallen. Äh, da scheitert es aber im Moment ein bisschen daran, ähm, dass mir da so ein paar Infos fehlen. Oder wie man Sachen löst. Ist halt ein bisschen schwierig. Da muss ich mich reinarbeiten. Ich meine, jetzt sagt vielleicht einer von euch, ja, was ist denn dabei hier? Schmeißt den Stream an und fertig. Äh, ja, würde gehen. Aber ich versuche auch, ja, was heißt ich versuche auch, äh, ich habe mir so vorgenommen, wenn ich irgendwie was mache, dann mache ich das richtig. Und, äh, dann will ich nicht irgendwelche halben Sachen und das läuft nicht und dies und hier und da und, und, äh, Hauptsache Stream. Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn, dann soll das alles, äh, einwandfrei funktionieren. Ja, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Overlay und hier und da, das ist, äh, das ist, äh, das kleinste Übel. Äh, das ist kein Problem für mich da voranzukommen. Aber, äh, dann eine oder andere technische, von wegen hier Parallelstream, äh, YouTube, Twitch und solche Geschichten oder halt nur Twitch und, und Qualität, äh, Videoqualität und so. Da muss ich halt noch ein bisschen optimieren. Deswegen geht die ganze Sache noch nicht an den Start und ich will eine vernünftige Kamera haben und nicht irgendeinen Scheiß auf Krampf, dass das, äh, äh, dass man da kaum ein Bild erkennt. So, Hauptsache, ich halte meine Nase in die Linse und, äh, nee, sowas brauche ich alles nicht. Und, ähm, ja, da bin ich auch noch am Überlegen, ja, so wie genau bei den, bei den YouTube-Sachen hier, Let's Play-Geschichten, da mit Cam und so. Ich bin da generell nicht so der Freund, äh, von. Bei manchen Sachen würde ich es angebracht finden, da würde ich auch gerne sogar mit Cam spielen, ähm, aber bei den vielen Sachen stört es, glaube ich, auch einfach den Zuschauer. Ich meine, äh, der achtet dann eh nicht darauf, äh, auf meine Nase, äh, vielleicht bei so Sachen wie Outlast oder so, wenn man sich erschrickt und so. Ja, das ist alles ganz lustig, ähm, aber ich meine, man muss nicht in jedem Video, Hauptsache seine Nase da reinhalten, äh, interessiert kein Schwein, denke ich mal. Äh, ja, Schwein ist ein bisschen, äh, blöd jetzt formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Finde ich nicht so prickelnd, aber da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht und so. Also mich mal unterstützen bei diesen Sachen, so ein paar Infos geben und hier und da, dass ich ein bisschen mehr von euch mitbekomme. Äh, ich meine, ihr seid ja schon relativ fleißig am, äh, kommentieren und so und ich versuche da auch immer, ja, äh, ein Feedback rauszuziehen. Ist nicht ganz immer so einfach, äh, wenn, wenn halt wenig kommt, äh, ja, kann man auch nicht so darauf eingehen. Aber, das wird schon, äh, am Anfang neuer Kanal, die Leute wollen auch sehen, ja, wie tickt der so und was kommt so und, äh, wie entwickelt der sich so und so. Kann ich auch verstehen, dass man da am Anfang noch ein bisschen zurückhaltender ist und hier und da, aber ich denke mal, das wird schon irgendwie hinhauen, äh, und die Leute werden dann nach und nach aktiver. So, ähm, wo war ich jetzt nochmal stehen geblieben? Auf meiner Checkliste. Ich hab mir so eine kleine Liste gemacht. Genau, äh, Format haben wir abgehandelt. So, jetzt kommen wir dazu, was ich euch beichten wollte. Und zwar, ich glaube, ich hab den Mund ein bisschen zu voll genommen. Fakt ist, ähm, ich werde, äh, die Singleplayer-Kampagne von Battlefield auf jeden Fall einstellen. Kommt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich, äh, sag jetzt einfach mal was dazu. Das Ding ist einfach, ähm, ja, so wie ich dann in meiner Kanal-Info auch versucht hab zu formulieren, ähm, ich spiele eigentlich alles, was mir gefällt oder mein Interesse weckt oder wo ich denke, ja, das wird auf jeden Fall noch spannend und da kommt's auch gar nicht auf das Genre drauf an, äh, bei mir steht halt der Spaß im Vordergrund. So, und in dem Fall von, äh, Battlefield, der Singleplayer-Kampagne, war halt einfach so, dass ich, äh, ja, ich hab die angefangen und, ja, man muss ja sagen, die Einleitung, die ist Hammer. Also, da denkt man sich, boah, geile Atmosphäre, geiles Feedback, äh, Feeling, Feedback, geiles Feeling, ähm, passt alles so, die Stimmung und so, alles gut. Wer dann, äh, ja, dieses Let's Play so ein bisschen verfolgt hat, mir ist schon im, ja, ich sag mal, nach dieser Einleitung, ist mir schon in der, in der ersten Mission so ein bisschen aufgefallen, die Qualität von den Texturen und so, das schraubt sich schon so ein bisschen runter. So, dann hab ich gedacht, ja, gut, ist auch schwierig hier, so im Wald und so, ich mein, der Wald sieht trotzdem geil aus, die Grafik ist auch geil, äh, gar keine Frage. Aber, da hab ich schon gemerkt, das ist so hier, äh, ja, so, ich spiel das quasi gar nicht, das ist alles, äh, ja, so extrem, wie soll ich das sagen? Alles extrem vorgegeben, so, keine Ahnung, äh, Script, unscript, unscript, so könnte man das, glaube ich, aus, äh, drücken. Und generell, Shooter, ähm, ich bin da gar nicht drauf fixiert, äh, aber es gibt auch gute Shooter und es gibt gute Shooter mit Story. Und, äh, egal wie das Ganze jetzt gehypt wurde und so, von sowas lasse ich mich eh nicht beeinflussen, ähm, mir macht's keinen Spaß mehr. Äh, äh, da fing's eigentlich an und ich hab gedacht, ja, danach ging's ja ins Dorf und, und hier mit den, mit den Panzern und so, ja, da hat sich das wieder leicht gesteigert, so. Da kam schon wieder so, ja, da macht doch Bock, so. Aber, nach dem letzten Let's Play, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, nach der, nach dieser Folge hab ich mir gedacht, Alter, das geht gar nicht, so. Und ich hab auch gemerkt, dass ich gar keine Motivation hatte, das jetzt mehr weiterzuspielen oder, dass ich mich auf irgendwas freue, so. Oder gespannt bin, was als nächstes passiert, ähm, zieht euch die Folge auf jeden Fall vielleicht mal rein, Explosion am Himmel, äh, dann wisst ihr eventuell, was ich mein. Oder wir machen's anders. Ich blende jetzt mal so zwei, zwei prägnante Szenen ein, äh, wo ich dann gedacht hab, Alter, ich, äh, muss jetzt das Let's Play beenden und, äh, geht nicht mehr. Und zwar, die erste Szene war, das ist mir beim, beim, äh, ich bin gestorben, sagen wir mal so, ich blende's mal eben ein, so. Und, äh, dann ist es mir erst konkret aufgefallen, wie viele Flugzeuge da auf einmal im Himmel sind und so. Äh, das soll jetzt gar nicht irgendwie so sein, äh, ja, das ist so schwer und hier und da. Aber an dem Punkt hab ich extrem gemerkt, ja, dass das so ist wie, wie in so Kinofilmen. Wisst ihr, was ich mein? Äh, wenn, ja, wie soll ich sagen? Wenn die Story einfach nicht läuft, dann wird erstmal massig Action eingestreut, aber so, dass man förmlich erschlagen wird und, äh, denkt einfach, was ist dat denn? Äh, dat Gefühl hatte ich. Ich mein, so viele Flugzeuge und hier und da und da wird geballert und so. Äh, eine andere Szene ist, plötzlich, äh, ja, landet man, äh, ja, oder wird so angeschossen und landet dann auf dem Luftschiff. So, dann steht man da drauf. Der Kumpel hat natürlich auch überlebt, also hinten der Bortschütze. Das ganze Luftschiff ist am Fackeln und Löcher drin und hier und da. Das Teil fliegt natürlich noch und dann taucht, Moment, ich muss mal eben einblenden, dann taucht neben allem noch so ein riesen Luftschiff auf. Das ist, äh, angenommen das zweite, aber, äh, nur angenommen. Zeige ich euch gleich, warum. Und, äh, ja, dann gibt man da erstmal alles drauf. Erstmal so viel rumballern und Explosion und ach, dann kommt noch einer mit einem Messer hier um die Ecke und, keine Ahnung, vielleicht beißt einem noch ein Hund da oben oder was, weiß ich. Und, äh, ja, dann geht das Luftschiff kaputt. Gut, jedenfalls kommt der Typ mit einem Messer und zack geht da schon das nächste Luftschiff hoch. Auf einmal kommen da Luftschiffe aus dem Nirgendwo und, äh, nee. Sorry, Leute, äh, das ist für mich einfach nur Crap, so. Das ist scheiß, da hab ich keinen Bock weiterzuspielen, so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich will jetzt auch nicht sagen, das Spiel ist scheiße. Äh, das Spiel ist eigentlich an sich richtig gut, muss ich sagen, aber Story geht gar nicht. Äh, das liegt noch nicht mal so daran, dass das hier so einzelne Missionen aus der Luft gegriffene Missionen sind, die gar nicht zusammenhängen, sind halt verschiedene Kriegshelden. Mich persönlich stört das auch, weil die nicht in irgendeiner Weise miteinander zu tun haben. Ich mein, man braucht keinen Superhero im Game und da eine ganze Story drum machen, aber zumindest irgendeinen Zusammenhang, das hat mir auch schon nicht gefallen, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, das lässt so stark nach, äh, ja, vom Spielerischen so, dass man Bock hat, ja, ich will noch mehr sehen und, und hier und da, so ein richtig geiles Feeling. Aber wenn das so ins Mega-Unrealistische abdriftet und einfach nur noch aus Effekten besteht und so, dann, dann ist das nichts für mich. Und, äh, da sind wir dann schon beim Punkt. Äh, ja, ich laber schon wieder echt extrem lange. Ich versuche mich auch schon kurz zu halten, aber ich muss das einfach mal so sagen. Da sind wir schon beim Punkt. Es gibt, äh, auf YouTube Let's Player, die spielen von vorne bis hinten alles durch und sagen immer, ja, das ist geil, das ist geil und hier, das ist geil und so. Man merkt aber selber schon am Let's Play, dass dem Typen, der das gerade spielt, überhaupt gar keinen Bock macht, so. Also, ich merke das ziemlich oft. Ähm, die denken sich aber, komm, hauen wir die Scheiße raus, ein Video mehr auf dem Kanal und, äh, ja, bring Klicks und hier und da, aber das läuft bei mir nicht. Das wird es auch nicht geben, egal wie erfolgreich oder, äh, unerfolgreich, äh, ich sein werde hier mit meinem Kanal. Aber wenn mir was keinen Spaß macht oder so, mache ich den Leuten auch nichts vor, dann mache ich lieber so ein Video, sag einmal kurz, was Sache ist und, ja, dann hat sich das Ganze, weil, äh, da würde ich mich nur durchquälen, mich verstellen oder sonst irgendwas und brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ihr nicht wahrscheinlich. Äh, das ist auch nicht unterhaltsam, keine Ahnung. Deswegen, äh, Gameplay hier von, von Battlefield 1 wird es nicht mehr geben, also Singleplayer, Singleplayer-Kampagne. Boah, ich habe schon wieder irgendwas hier mit entsprechen. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Äh, das hat gar nichts jetzt mit dem Spiel zu tun. Ich will auch gar keinen beeinflussen oder das Spiel schlecht reden. Das ist einfach mein persönliches Empfinden. Und das ist bei generell allen Spielen so. Äh, wenn ich merke irgendwie, das Spiel unterhält mich nicht mehr oder, oder, das, es gibt immer ein paar so Phasen, wo ein Spiel langweiliger wird, aber dann natürlich auch irgendwann besser. Oder was heißt natürlich, wenn ein Spiel das schafft, dann ist das auf jeden Fall geil. Alles muss einem nicht gefallen, aber ich will mich da auch nicht durchquälen und deswegen kommt da nichts mehr. Ähm, ich hoffe, dasselbe passiert nicht bei Call of Duty. Da bin ich ja aktuell auch noch dran. Ähm, da muss ich einfach mal schauen. Bisher bin ich noch motiviert. Mir macht es Spaß. Äh, und, ja, da schauen wir einfach mal. Aber ich denke mal, da, da wird es ein bisschen mehr geben, weil das eigentlich, äh, das, das ist noch homogen, würde ich sagen. So, ja, äh, soweit dazu. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Äh, wie gesagt, nächstes, äh, Video, ähm, zu den Abonnenten und hier und da wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, da was zu schneiden und hier und da, bis das fertig ist. Ähm, Battlefield 1 wird's wahrscheinlich noch Multiplayer-Action geben. Ähm, so, äh, da dürft ihr aber auch nicht dann erwarten, hier das mega-extrem-Bescher-Gameplay auf Neudeutsch quasi präsentiert zu bekommen. Wird mehr so eine, denke ich mal, Funny-Compilation oder sowas. Äh, muss ich mal schauen. Oder sogar vielleicht, äh, mit jemand anderes zusammen. Steht noch in den Sternen, aber, ja, gucken wir einfach mal. Wenn es unterhaltsam ist, dann werdet ihr auf jeden Fall davon was sehen. Ähm, also Multiplayer ist noch nicht tot. Ähm, da hab ich auch in letzter Zeit, jetzt, äh, bin ich ehrlich, gar nicht, äh, mehr so viel gemacht. So, weil mir kam das immer so extrem mit den Waffenunterschieden, äh, vor. Da muss ich aber selber nochmal nachlesen, ob da irgendwie ein Balancing-Problem war oder keine Ahnung was. Will ich euch jetzt auch gar nicht mit belasten. So, dann würde ich sagen, ihr seid up-to-date. Ähm, ja, neues Format ist am Start. Ähm, da wird dann halt auch noch mehr kommen. Mal sehen, was so kommt. Da habt ihr ja den größten Einfluss drauf. Und, äh, ja, da würde ich sagen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, äh, ja, was ihr darüber denkt hier. Zwecks diesem neuen Format so. Äh, ob ihr Interesse habt und so. Und, äh, wie ihr die Kampagne vom Battlefield findet, würde mich mal interessieren, ob ihr das ähnlich seht oder ob das, ja, ein, joa, nice ist mal durchzuspielen, so. Also, ob ihr da überzeugter wart oder, ja, solche Sachen. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Also, nutzt die Funktion, schreibt ruhig in die Kommentare rein, äh, ich brauche ja auch mal ein paar mehr Infos von euch. So ist das halt. Und, äh, ja, da will ich euch jetzt auch nicht länger aufhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Eingfern Eingfern Eingfern